Herzlich Willkommen zu unserem 13. Studium und den letzten in diesem Studium über die Jüngerschaft. Wir haben vieles betrachtet, was Jüngerschaft ausmacht. Wir haben gesehen, welche Menschengruppen wir zu Jesus bringen sollen. Und wir kommen nun zu der letzten Stunde, in der wir uns den Preis der Nachfolge betrachten. Es ist entscheidend, dass wir verstehen, ob wir wirklich Jünger Jesu sind. Es ist entscheidend, ob wir praktisch verstanden haben, was die Nachfolge kostet, ob sie uns billig oder teuer ist. Jetzt, wie viel ist sie uns wert? Das ist die Frage. Wie viel ist uns die Nachfolge Jesu? Wie viel ist uns die Erlösung unserer Mitmenschen wert in unserem Leben? Je nachdem, wie viel sie uns wert ist, werden wir auch einsetzen. Den Wert einer Situation, den Wert einer Person, den Wert, den wir einer Arbeit geben, zeichnet sich nicht durch Worte aus, sondern durch wie viel wir darin investieren, zu tun. Der Wert zeigt sich in der Tat. Da können Bekenntnisse und Worte Großes versprechen. In der Tat beweist sich, wie viel mir etwas wert ist. Ich spreche mit so mancher Mutter und gerade am letzten Wochenende kam eine Mutter zu mir nach dem Vortrag, den ich hielt über die Verbindung zwischen Mutter und Kind und Kind und Mutter. Und sie erzählte mir über ihre achtjährige Tochter, die schon recht früh eine Art Rheuma bekam. Und dass es eine Zeit lang war, wo es ihr gut ging und dann ging es dem Mädchen wieder schlecht. Und sie fragte mich, was sie tun kann. Sie hatte das Mädchen schon nach drei Monaten, nachdem sie es geboren hatte, in die Betreuung gegeben, damit sie ihre Arbeit weiter tut. Und das erneute Auftreten der Erkrankung kam gleichzeitig, als sie ihre Tochter für eine längere Zeit, über ein paar Wochen, abgab ihren Eltern. Und sie fragte sich natürlich, ob es einen Zusammenhang gibt. Und ich denke, der Zusammenhang ist eindeutig. Ein Kind hat eine Erwartung von der Mutter. Das ist in das Kind geschrieben. Es ist nicht etwas, was das Kind abwählen kann. Es ist auch nicht einmal etwas, was sich des Kindes überhaupt bewusst ist. Es ist aber da, die Mutter muss mich als das Wichtigste in ihrem Leben sehen. Die Mutter muss mich als das sehen, was ich als Kostbarstes bin für sie. Und das beweist eine Mutter nicht durch Worte, sondern durch ihre Taten. Und dann fragte mich diese Frau und sagte, ja, was gebe ich für eine Information meiner Tochter? Und ich sage, das, was der Körper der Tochter zeigt, dass du sie zwar liebst, aber sie ist nicht die Nummer eins in deinem Leben. Dein eigenes Leben ist die Nummer eins. Und dieses eigene Leben steht in Konkurrenz mit dem Leben deines Kindes. Das verstehen viele Mütter nicht. Aber es beweist das Gesetz, was wir heute studieren wollen, in dem Preis der Nachfolge. Was ist einem wichtiger? Das Leben des Anderen, das Leben meines Kindes oder mein eigenes? Das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Ich habe eine erfreuliche Erfahrung gemacht mit einer jungen Mutter, die war Medizinstudentin im dritten Jahr ihres Studiums. Und sie kam zu mir letztes Jahr und erzählte mir über ihre Tochter. Die Tochter war damals ein Jahr und etwas alt. Und schon in der Art und Weise, wie sich die Tochter benahm zur Mutter, konnte man verstehen, dass das nicht das beste Verhältnis war. Das Kind war ungehalten, war mehr in den Armen der Oma, hatte nicht wirklich dieses innige Verhältnis zur Mutter, wie man das hätte erwartet. Und so fragte sie mich, was sie tun soll. Und ich habe ihr die Kosten aufgezeichnet. Ich habe ihr gesagt, sie soll die Kosten berechnen. Ich habe ihr deutlich gemacht, was die Erwartung ist des Kindes und was sein Leben bestimmt. Und ich habe ihr klargemacht, das ist etwas, was nicht veränderbar ist. Ein Kind kann man nur in einer gewissen Zeit erziehen. Danach ist der Zug abgelaufen. Man muss die Dinge dann tun, wenn die Zeit dafür ist. Und man muss sie so tun, dass sie auch den Bedürfnissen sprechen. Und ich habe ihr die Kosten aufgezählt. Und ich habe ihr ein Wort gesagt, dass sie mir vor kurzem sagte, was sie damals schockiert hat. Und ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass ich das so gesagt habe. Aber ob ich es nun gesagt habe oder nicht, sie hat es so verstanden. Sie hat gesagt, du hast mir gesagt, ich liebe meine Tochter nicht. Und das hat sie schockiert. Liebt eine Mutter ihre Tochter nicht? Oder ihr Kind? Sicherlich glaube ich, dass jede Mutter in ihrem Bewusstsein die Mutter lieb hat, das Kind lieb hat. Aber was ist in der Realität? Was ist das, was wirklich aus dem Herzen herauskommt? Beweist die Tat? Die Idee. Beweist die Tat? Das Bewusstsein. Weil das Tun, das tun wir aus unserem Herzen, aus unserem Unterbewusstsein. Und was wir bewusst tun, das ist unsere Absicht. Und die Absichten haben wir gut, aber was ist uns wichtiger? Das kommt aus dem Herzen. Und diese Mutter kam zu mir am Anfang dieses Jahres und sie sagte, sie hat die Dinge bewogen und sie hat eine Entscheidung getroffen, die ihr schwer gefallen ist. sie hat nach langem Ringen ich sprach mit ihr, wenn ich mich richtig erinnere, im April letzten Jahres oder Mai, Anfang Mai und sie traf ihre Entscheidung im September letzten Jahres, dass sie doch ihr Studium für ein Jahr auf Eis legt, dass sie für ein Jahr Pause macht und sich um ihre Tochter kümmert. Es gelang ihr, dass sie das tut und jetzt ist sie seitdem zu Hause und kümmert sich um ihr Kind und kümmert sich auch noch um andere Kinder. Aber sie hat etwas entdeckt, was ihr eine große Motivation ins Herz gegeben hat. Sie hat entdeckt, wie sich dieses Kind ändert und wie es sich zum Guten verändert, wie es zugänglich wird, wie das Kind seine Art und Handlungsweise ändert, sein Temperament, wenn man so will, seine Gesundheit. Und so sagte sie mir, ich habe es meinem Mann noch nicht gesagt, aber ich werde nicht mehr gehen, Medizin zu studieren. Weil ich weiß, wenn ich jetzt nächstes Jahr oder in diesem Jahr jetzt wieder anfange zu studieren im Herbst dann ist meine Tochter erst dreieinhalb Jahre alt und sie braucht mich. Und sicherlich, wenn man so eine Tochter hat, dann fragt man sich, ob man nicht auch noch ein zweites Kind hat und sich dann der Familie widmet, eher als dem Medizinstudium. es war für mich eine große Ermutigung. Und ich muss euch sagen, es hat auch mich bewegt und ich habe mich gefragt, hätte ich das Medizinstudium aufgegeben, es war ihr ein und alles sozusagen, es war das, was ihrem Leben eine Zukunft gab. Hätte man das nicht irgendwie kombinieren können? Hätte man nicht das eine und das andere miteinander vermengen können? Nein. Eines hätte immer gelitten und wäre katastrophal geworden in der Zeit. sie mag die beste Ärztin geworden sein oder sie hätte die beste Ärztin werden können, aber sie hätte ihr Kind in der Zeit verloren. Das Kind hätte in seinem ganzen Leben gedacht, das, was tatsächlich Realität ist. Mutter liebt sich selbst mehr, wie mich und das Kind hat Recht. Es ist die Realität. Unser Heiland, als er aufrief, die Menschen jünger zu werden, musste er sie vor die Entscheidung stellen, die Kosten zu berechnen. Und es findet sich ein erstaunlicher Abschnitt in der Heiligen Schrift, in Lukas 14, wir haben ihn schon gelesen, weil mir ist es wichtig, dass wir das ganz uns ganz deutlich machen, dass es jünger sein uns was kostet. aber es kostet etwas weniger wie das, was letztendlich der Preis ist. Das, was unsere Hingabe kostet, ist geringer wie das Ergebnis des Einsatzes. die Gewinnkostenrechnung, wie wir das immer machen heute, die Preis-Leistungs- Verhältnis, das, was als Endergebnis rauskommt, ist gering, ist unheimlich groß gegenüber den geringen Kosten, die dafür notwendig sind. Wir lesen in Lukas 14 Vers 25 Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und lasst uns die Szene mal betrachten. Da ist Jesus und er geht und hinter ihm ist eine große Menge an Menschen. Und was hat er vor? Weil er dreht sich um und er dreht sich zu den Menschen und sagt wisst ihr warum ihr hinter mir herkommt? Es scheint so als ob er sie los werden will weil die Worte die er ihnen zuwendet sind nicht wirklich einladende Worte wenn man sie so auf den ersten Blick sieht oder da ist eine große Menge eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen wenn jemand zu mir kommt wenn jemand hinter hier mehr geht muss er wissen dass er seinen Vater seine Mutter seine Frau und Kinder seine Brüder und Schwestern und sein eigenes Leben hassen muss dann kann er ihm nachfolgen und dass es ein Kreuz bedeutet zu tragen wenn man ihm nachfolgen will Jesus ist nicht zufrieden wenn man so will dass ihm die Leute nachfolgen er wollte nicht populär sein er wollte nicht dass er in den schlag zeilen ist er wollte dass die die nachfolgen verstehen was das kostet und so sagt er weiter denn wer von euch der einen turm bauen will setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die kosten ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung damit nicht etwa wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann alle die es sehen über ihn zu spotten beginnen und sagen dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden oder welcher König der ausziehen will um mit einem anderen König Krieg zu führen setzt sich nicht zuvor hin und berät ob er im Stande ist mit zehntausend dem zu begegnen der mit zwanzig tausend gegen ihn anrückt wenn aber nicht so wendet er solange jener noch fern ist eine Gesandtschaft und bittet um die Friedens Bedingungen so kann auch keiner von euch mein Jünger sein der nicht allem sagt was er hat so kann auch keiner mein Jünger sein wenn er nicht alles sagt was er hat das sind natürlich worte und sie sind nicht einmalig im lukas wir finden sie auch in matthäus 10 wir finden sie durch die botschaft jesu jahre wer fahrt oder mutter mehr liebt wie mich ist meine nicht wert jesus sagt die kosten die berechnet werden ihr kommt und folgt mir nach stellt euch vor die heutige gemeinde sind seine nachfolger stellt euch vor ihr seid in der schar derer die jesu nachfolgt und jesus wendet euch um zu euch und sagt du kannst nicht mein jünger sein die worte hier sind sehr interessant gewählt dreimal immer mit der kann sache so kann er nicht mein jünger sein dann kann er nicht mein jünger sein so kann er nicht mein jünger sein so er verwendet die negative form oder er verwendet diese form in der man sagt okay ja du folgst hinter mir her aber du kannst nicht mein jünger sein es sei denn ich bin das wichtigste es sei denn das königreich gottes wofür du wirkst ist der wichtiger wie dein eigenes leben so deshalb die frage bist du jünger kannst du jünger sein oder kannst du es nicht sein was bin ich nun bin ich ein jünger oder nicht kann ich einer sein oder kann ich keiner sein was bedeutet es seinen Vater und seine Mutter seine Frau und Kinder Brüder und Schwestern dazu aber auch sein eigenes Leben was bedeutet es es zu hassen was bedeutet es was Jesus hier anspricht was bedeutet es sich zu entsagen allen dem was man hat um ein jünger Jesu zu sein was ist es was will er ausdrücken ich denke das ist das was wir verstehen müssen und was uns vielleicht manchmal schwer fällt zu verstehen es ist nicht nur eine Priorität es geht nicht nur um eine Wichtigkeit es geht um nach wem treffe ich meine Entscheidungen nach welch welche sind die Umstände oder welche sind die Parameter die Maßstäbe nach denen ich entscheide der Geist eines jeden Menschen ist nicht fähig sich auf sich selbst zu verlassen und auf sich selbst ein Maßstab für seine Entscheidungen zu treffen er muss sich immer nach einem Maßstab richten und er richtet sich nach dem Maßstab was ihm am wertvollsten ist ihr wisst noch wir müssen nach Gewinn und Verlust Vermeidung gehen Gott hat uns so gemacht dass wir gewinnen müssen und Verlust vermeiden und wir gehen immer nach dem Gewinn was ein höherer Gewinn ist wie der niedrige ja wenn ich also an ein Ziel gehen muss und ich muss mit was reisen dann reise ich mit dem was ich denke mir am meisten gefällt mir am meisten Gewinn bringt so deshalb muss der Geist seine Entscheidungen treffen nach dem was er für als mehr Gewinn hält wie das andere so ist der Geist des Menschen unfähig auf sich selbst sich zu verlassen unfähig nach sich zu gehen sondern er geht immer nach dem was ihm gewinn ist und hier gibt es nur zwei Möglichkeiten wir treffen unsere Entscheidungen nach den materiellen Umständen ja wir wissen nach Geld oder Materie und wir treffen unsere Entscheidungen entsprechend unseren Beziehungen Menschen Tiere denke das kennen wir Mutter Vater Kinder Ehepartner Bruder Schwester das heißt wer nach wem richte ich meine Entscheidung wer ist der Maßstab für meine Entscheidung nach das habe ich versucht zu erklären ist meistens für den Menschen unbewusst er gibt sich nicht Rechenschaft dass seine Mutter seinen Geist lenkt er gibt sich nicht Rechenschaft dass Geld und die Umstände seinen Geist lenken er denkt er lenkt sich selbst er weiß aber nicht dass der Maßstab für sein Handeln ein Gewinn bringender ist und er macht ihn abhängig wer ihm den Gewinn gibt wenn Menschen in ihrer Angst vor Versagen zu mir kommen dann frage ich sie warum haben sie Angst zu versagen vor wem wer gibt mir denn die Anerkennung vor wem will ich denn sein etwas vor den Menschen dann geben die mir wenn meine Mutter Erwartungen hat an mich dass ich studiere dann studiere ich und dann werde ich meiner Mutter versuchen zu beweisen dass ich wirklich ein guter Student bin damit sich meine Mutter über mich freuen kann und stolz sein kann für ihre Leistung so tun sehr viele Menschen das was ihre Eltern letztendlich wollen eine Tochter will Medizin studieren und ich rede mit ihrer Mutter und es war der Wunsch ihrer Mutter schon immer Medizinstudium zu machen sie hat es nur verpasst und ihr tut es leid und jetzt ist die Tochter da und die Tochter nimmt das auf und sagt okay jetzt werde ich Arzt wenn meine Mutter ist und nicht aber sie weiß nicht dass sie diese Entscheidung nicht trifft aus sogenannten freien Stücken sondern weil ihr das Medizinstudium Gewinn bringt entsprechend mit dem Maß das ihre Mutter ihr gegeben hat das ist das was der Mensch tut er muss funktionieren nach einem Maßstab und setzt meine Mutter mir meinen Maßstab fest was wertvoll ist in meinem Leben dann bestimmt mich eben meine Mutter dann bestimmt mich mein Vater wenn er mir diesen Maßstab festlegt und dann wenn ich vor der Welt irgendwas sein will wenn ich vor Menschen irgendwas erreichen will dann muss ich natürlich reich sein und berühmt und nach Möglichkeit Macht haben wie wir gesehen haben dann denke ich habe ich maximalen Gewinn und danach gehe ich was passiert aus mir wenn ich mich jetzt mit meinem hohen Studium habe diese ganze Sache gemacht als Mutter und jetzt habe ich dieses kleine Ding nach was orientiere ich mich nach dem Maßstab dass ich muss halt mein Studium fertig das ist mir doch wertvoll ich habe doch nicht umsonst so viele Jahre investiert und jetzt soll ich das alles aufgeben für so ein kleines Dingchen kann das nicht auch von alleine wachsen oder irgendwo bei einer Tagesmutter bei der Oma oder beim Opa oder irgendwo und so geht der Maßstab nachdem ich handle ist nicht ein göttlicher sondern ein menschlicher so jesus weiß ganz genau wie wir funktionieren er hat uns ja gemacht deshalb sagt er du musst wenn du mein jünger sein willst ganz klar wissen was ist mehr gewinn ist es der maßstab gottes gottes maßstab oder ist es ein menschlicher nachdem du dich richtest was ist was bringt dir den gewinn ein ist das kind was du jetzt hast gottes kind dann hat er dir es gegeben für einen zweck und du kannst diesem kind nur gerecht werden wenn gott den maßstab der werte bestimmt dessen was gewinn ist dessen was wertvoll ist wir wissen wir gehen nur nach wert wir gehen immer nach wert wir werden immer das wertvollere gegenüber das weniger wertvolle wählen es geht gar nicht anders und wenn ich denke dass ich mich richte nach einem menschen und nach einer irdischen situation dass mir das mehr wert ist wie dass ich mich richte nach dem göttlichen maßstab dann werde ich das tun ganz egal was meine lippen sagen ganz egal deshalb wird der mensch nicht gerichtet letztendlich was er angibt zu sein durch seine worte sondern das was seine taten letztendlich beweisen was ist mir wertvoll ist ist es richtig meinen geist nach dem maßstab gottes oder nach dem maßstab eines menschen nach irgendeinem maßstab muss ich ihn richten deshalb sagt jesus hasse deinen vater und deine mutter bis auf dich selbst weil du kannst nicht dein maßstab sein und die können dir nicht der maßstab sein wenn du mein jünger sein willst du musst es hassen von menschen abhängig zu sein du musst es hassen deinen geist nach einem menschen zu richten und es ist das tatsächliche wort ich denke nicht dass jesus nicht wusste welches wort er verwenden soll er er möchte uns klar machen unser ich unser stolz und egoismus unser schlimmes herz drängt uns nach einem menschlichen maßstab und wenn das hier in mir ist dieses in meinem geist dieses dieser stolz und egoismus dann ist es der der mir den gewinn immer auf diese menschen hin deutet auf den mammon deshalb ist er so deutlich in seinem wort auch wenn und er sagt okay du musst dein kreuz nehmen das ding hier muss gekreuzigt werden damit du frei wirst du musst dein kreuz auf dich nehmen und es tragen weil das stolze Jesus betrügt dich in dir selbst dass du denkst du bist frei aber letztendlich folgst du nach dem maßstab eines menschen und ich denke dass jeder von uns wenn er sich bewusst würde dass ein mensch dass es ein mensch ist nach dessen werten und nach dessen geist er sich nimmt er sich innerlich davon abwenden würde und sage ich hasse das ich denke es wird uns deutlich dass Jesus nicht mit Worten spielt er verwendet nicht Worte die Sinn machen auch wenn Worte wie gesagt ihre großen Limits haben ihre großen Begrenzungen sie können das nicht unbedingt ausdrücken was man manchmal sagen will aber unsere Taten lügen nicht unsere Taten sagen genau das was wir sagen wollen ohne wenn und aber vielleicht nicht immer auf den ersten Blick vielleicht nicht einen Tag sondern nehmen wir doch einen längeren Zeitraum um es zu bemessen deshalb geht Jesus nicht nach einem Tag sondern er geht nach einer Zeit Periode um zu sehen wer ist es der mich steuert würdest du es nicht hassen menschenabhängig zu sein dass du dich richtest in deinem geist nach dem maßstab von menschen würde dir das nicht entgegen sein deiner natur ich bin mir sicher würdest du es realisieren wäre es dir bewusst würdest du dich davon abwenden und würdest sagen heiland ich hasse es ich hasse es dass ich mich immer noch nach menschen richte ich hasse es dass menschen der maßstab meiner entscheidungen sind dass mein eigenes leben die die gedanke was passiert mit mir der maßstab meiner entscheidungen sind das ist das was wir endlich sage ich mal verstehen sollten jesus spricht von der tiefe unseres herzens du kannst nicht sein jünger sein wenn ein mensch deinen geist steuert nicht dass ein anderer deinen geist von außen steuert nein sondern wenn dein geist sich nach einem menschen richtet für seine entscheidungen für das was er tut oder nicht tut menschliches maß ist nicht fähig jemanden zu einem jünger jesu zu machen nur der göttliche maßstab nur das richten nach einem göttlichen klaren wort und klaren gesetz ist die sicherheit für einen jünger jesu keine chance keine chance dass du dich sowohl nach menschen als auch nach gott richtest ist dir dass das nicht geht ja wir können sagen gott spricht durch menschen sicher tut er das er will durch uns die welt erleuchten er will durch uns der welt das evangelium bringen er will durch uns die welt salzen er will sie schmackhaft machen durch uns unsere welt muss durch unser leben gott erkennen aber sie kann es ja nicht erkennen wenn mein maßstab meine mama ist oder mein papa oder meine frau wenn sie oder mein bruder oder irgendwelche umstände meine entscheidungs gewalt sozusagen dirigieren ich entscheide aber ich entscheide immer nach einem maßstab deshalb müssen wir unseren vater unsere mutter unseren bruder unsere schwester unsere frauen uns selbst hassen in dem sinne dass wir von ihnen etwas wollen was auf geistiger ebene nur gott befriedigen kann es muss uns zu wider sein auf einen menschen und nach einem menschen uns zu richten und wenn sich jemand nach einem menschen richtet der von gott kommt dann richtet er sich letztendlich nicht nach einem menschen sondern richtet sich nach gott Das ist das, was mehr wertvoll ist in deinem Leben und was du aufgeben musst, damit du das Wertvollere bekommst. In den Gleichnissen Jesu haben wir zwei Gleichnisse, die uns helfen, das zu verstehen. Wir haben das Gleichnis des Mannes, der geht und in einem Acker einen Schatz findet. Der Schatz ist natürlich viel wertvoller wie der Acker. Und so verbirgt er den Schatz wieder in dem Acker und geht und damit er diesen Acker kauft, verkauft er alles, was er hat. Der Schatz kauft sich den Acker, der natürlich viel billiger ist, wie der Schatz, in dem der Acker ist. Aber ihr seht, er muss alles aufgeben und er hat kein Problem, alles zu verkaufen um des Ackers willen. Weil er weiß ja, wessen Schatz er darin hat. Er hat kein Problem, alles aufzugeben, was viel billiger ist, als das, was er im Acker findet. Genauso mit dem Gleichnis der Perle. Auch hier ist es so entscheidend, dass wir verstehen, dass es, wenn die Perle gefunden wurde, nicht so kostbar war wie die Perle und es war willig, der Käufer alles hinzugeben, weil das, was er hingab, war weniger wertvoll, als das, was er erwarb. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war ganz klar zugunsten des Preises. Den Preis, den er zahlte, war entscheidend günstiger, als das, was er erwarb. Das muss auch in unsere Herzen hinein. Was ist wertvoller? Ich nehme es wieder mit dem Medizinstudium. Was ist wertvoller? Ist meine Karriere wertvoller? Oder dieses junge Leben, das keine Chance hat auf Leben, ohne mich? Was ist entscheidender? Ist es mein Leben oder das Leben des Kindes? Ich sprach auch in dieser Woche mit einer Mutter und sie war an meinen Vorträgen dabei und sie waren sich die, die mich eingeladen hatten und sie sagte, mich erschreckt ein Gedanke. Ihre Tochter ist natürlich erwachsen, hat jetzt eigene kleine Kinder und tut dasselbe, was sie getan hat. Sie überlässt die Kinder jemand anderem und kümmert sich um ihren Job. Und sie sagt, was mich erschreckt ist, dass ich nicht weiß, ob ich, wenn ich heute in derselben Lage wäre, ob ich das Kind wählen würde oder meine Arbeit. Das hat mir zu denken gegeben. Wisst ihr, nicht umsonst sagt Jesus, der Weg ist eng und die Pforte ist schmal, die zum Leben führt. Und es sind wenige, die darauf wandeln, weil wir einfach mit unserem Herzen nicht begreifen, den Unterschied im Preis, der Unterschied im Wert, nicht im Preis, der Unterschied im Wert. Wir sehen nicht das Leben eines Kindes, das völlig hilflos ist und angewiesen ist auf eine glückliche, zufriedene Mutter, die dem Kind das Leben beibringt, die dem Kind die Abhängigkeit zu Gott beibringt und es imstande macht, auf eigenen Füßen zu stehen, indem es Gottes Maßstab als den Wert seines Lebens sieht. Das ist der Grund der Erziehung. Das kann niemand tun, außer die Mutter. Dazu ist sie von Gott bestimmt. Und keiner kann das enden, ohne Misserfolg, ohne Schwierigkeit. Gott hat die Gesetze so gemacht. Warum sollte er sie enden? Ja, wir wissen, dass Gott in manchen Situationen in die Naturgesetze eingreift. Aber es sind Ausnahmen. Jesus hat nicht jeden Sturm gestillt, der auf dem Meer stattfand. Er hat nur einen gestillt, damit, oder zwei, damit er den Jüngern etwas beibringt. Er benutzte den Sturm als Leermaterial. Aber er ist nicht da, um alle Stürme zu stillen. Er ist da, um uns zu helfen, daraus eine Lehre zu ziehen. So die Gesetzmäßigkeit, die Gott gesetzt hat in unserer Natur, die sind da, die verändert er nicht. Sondern er lässt sie. Er hat sie ja gemacht. Deshalb muss ich wissen, was ist wertvoller? Das Leben dieses Kindes, das mich braucht? Oder mein eigener Job, den ich habe? Mein eigenes Leben? Nach welchem Maßstab richte ich mich? Haben wir, können wir das abwählen? Können wir das abwägen? Was ist uns letztendlich wichtig? Nach welchem Maßstab richten wir uns? Ich möchte mich nicht mehr nach einem menschlichen Maßstab richten. Ich möchte, dass das Gesetz Gottes, das ja der Ausdruck ist seines Wesens, mich lenkt. Nicht, dass es mich von außen lenkt, sondern dass ich mich danach richte. Aber dafür brauche ich eine neue Sicht der Dinge. Dafür muss ich wissen, dass das, was Gott mir anbietet, als Maßstab und als Handlungsorientierung wertvoller ist, wie der Maßstab dieser Welt und meines Herzens, das sich nach anderen Menschen richtet. Können wir verstehen, wie blind der Mensch sein kann, dass er das Wertvollere für etwas weniger Wertvoller opfert? Und das sehe ich Tag für Tag. Deshalb kann ich die Worte Jesus immer besser verstehen. Oh, er möchte, dass wir uns ihm alle nachfolgen. Er möchte, dass wir alle seine Jünger sind. Aber haben wir verstanden, dass wir dann, wenn wir seine Jünger sein wollen, wir nicht gleichzeitig auch ein Jünger der Welt sein können? Dass es nicht zwei Maßstäbe gibt, nur einen, der wirklich zum Erfolg führt und zum Leben. Dass wir das Kostbarere abwählen und das weniger Kostbare wählen, das ist der Betrug unseres Lebens. das hat dem reichen Jüngling das ewige Leben gekostet. Er hat das weniger kostbare Gut seines Lebens gewählt für den großen Reichtum, den ihm Gott versprach. Er hat abgewählt die Herrlichkeit des Himmels und die ewige Ehre, ein Jünger Jesu zu sein. Gegenüber dem wenigen Gold, das nach Beendigung seines Lebens für ihn so oder so wertlos wird. Wie blind muss der reiche Jüngling gewesen sein, stehend vor dem Herrscher dieser Welt in menschlichem Wesen, sehend, dass er etwas hat, was ihm fehlt und dennoch in der Kostenberechnung sich dem Irrtum seines eigenen Verstandes hingibt und das weniger Kostbare wählt. Aber das hat er nur deshalb tun können, weil er in seiner Berechnung das für Kostbarer hielt wie das, was Jesus ihm anbot. hier wird es schwierig für Gott. Wie soll er uns klar machen, dass Jüngerschaft und der Preis, wenn ich so sagen will, der Lohn der Jüngerschaft, der Job als Jünger kostbarer ist wie der Job in einer Fabrik. Wie soll Jesus uns klar machen, dass das geistige Reich des Himmels und das, was er für uns vorbereitet hat in der Ewigkeit, nicht als Güte, sondern als Aktivität, als Arbeit, als Könige, wie wir in der ersten Lektion gesehen haben, dass uns das kostbarer wird und ist wie dieses mickrige, irdische Nichts, was wir haben letztendlich. Wie soll er es uns klar machen, dass unsere Schätze, dass das, was wir für kostbar halten, gegen dem, was er uns anbietet, völlig wertlos ist. Wie soll er uns das klar machen? Versteht ihr denn die schwere Christi, als er sieht, diese Volksmenge hinter ihm hergehen? Versteht ihr den Kampf in seinem Herzen, wo er denkt, ich wünschte mir jeden von diesem in meinem Reich zu sehen? Ich liebe jeden Einzelnen mit einer unendlichen Liebe. Aber ich weiß, wenn sie das, was sie jetzt haben, für kostbarer ansehen, wie das, was ich ihnen offenbare, was ich für sie vorbereitet habe, den Job, den ich ihnen gebe, viel, viel mehr Reichtümer einbringt, wie den Job, den sie jetzt ausüben. Wie soll ich es ihnen beibringen? Versteht ihr, warum Jesus betete? Versteht ihr seinen Kampf? Nicht, wie Menschen denken manchmal, ja Gott könnte uns doch erleuchten. Nein, er kann es nicht. Er ist begrenzt durch unseren begrenzten Verstand. Und diese Mutter drückt es deutlich aus, wenn sie sagt, ich wüsste nicht, nicht, ob ich heute in der Lage wäre, die richtige Wahl zu treffen und auf mich selbst zu verzichten zugunsten meines Kindes. Meine Lieben, diese Entscheidung ist deshalb so schwer, weil wir so blind sind. Jesus wollte nicht die Menschen von ihm abschrecken, sondern er wollte sie zu sich ziehen. aber er musste ihnen klar machen, dass wir in dieser Welt durch diesen schlimmen Zustand, in den wir hineingeboren sind, mit einer sündigen Natur, mit einer Natur, die uns letztendlich als blind Geborene auf die Welt bringt. Die Blindheit besteht darin, dass wir das Wertlosere für Wertvoller achten wie das Wertvolle. das ist die Blindheit des Menschen. Und das ist herzzerreißend, weil Jesus hat etwas anzubieten, was unendlich wertvoll ist und diese Volksmenge hinter ihm ist sich dessen nicht bewusst. Diese Leute, die zwar sehen, dass Jesus etwas hat und ihm nachfolgen, sie kommen hinter ihm, sie kommen zu ihm, so wie der reiche Jüngling auch, aber sie müssen eine Wahl treffen. Sie müssen aus ihrer Blindheit herauskommen. Wie soll er das tun? Für mich ist immer mehr klar, dass die Erlösung des Menschen gar nicht so, nein, ganz und gar nicht, eine einfache Sache ist. Nicht, weil Gott nicht allmächtig ist, nein, es geht um die begrenzte Blindheit des Menschen, es geht um die begrenzte Fähigkeit des Menschen, nicht Gottes. Denkt doch mal, wie ihr steht als erwachsene Menschen und wollt eurem 15-Jährigen was beibringen, das am Computer zu sein, die ganze Zeit schädlich ist. Probiert es doch mal. Dass Facebook Gift ist und dass diese ganzen Sachen letztendlich ihn zerstören, ein falscher Maßstab für ihn sind. Erklär es ihm doch mal. Bring es ihm dabei. Dass er es kapiert und es abwählt. Weil würde er es verstehen, würde er doch das weniger wertvolle, das ihn sogar zerstört, doch abwählen für das, was das bessere ist. Stellt euch vor, ihr seid in der Lage, in der Situation, dass ihr jemandem etwas erklären müsst, was er noch nie begriffen hat oder dass er nicht mal erwogen hat. Und du musst ihm erklären, genau das, was er für wertvoll achtet, ist wertlos und das, was du ihm anbietest, als Lösung ist das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Erlösung des Menschen kostet Gott alle Anstrengung nicht wegen ihm, sondern wegen der Begrenztheit unseres Wesens. Deshalb ringt Jesus nach Worten und nach Beispielen, nach Gleichnissen, um uns zu erklären, was wir brauchen, um uns zu erklären, dass etwas Wertvolleres hat, wie das, was diese Welt anbietet. Jüngerschaft ist deshalb so unattraktiv und diese Worte erschrecken uns deshalb, weil wir denken, wir geben das Wertvollere auf für das weniger Wertvolle. Es bedarf eines Wunders Gottes, dass wir irgendwo begreifen, das, was wir für wertvoll achten, wertlos ist. Und dass wir das, was wir für nicht so wertvoll sehen, als das Wertvollste sehen. Das ist die Umänderung unseres Herzens. Das ist das, was die Neugeburt ausmacht. Gott kann uns nur erreichen, wenn wir in unserem Verstand, in unserem Bewusstsein irgendwo erkennen, dass er das Bessere hat, wie wir haben. Dass er das Bessere hat, wie wir haben. Und die Frage ist die, will ich es auch? Will ich es lernen? Bin ich willig, mein Leben nicht für wertvoll zu achten? Sondern sehe ich den Sinn meines Lebens darin, dass ich es hinschütte und gebe für das Werk der Erlösung von Menschen? Wisst ihr, ich verstehe den Paulus ein bisschen, wenn er sagt, Christus ist mein Leben und sterben ist mein Gewinn. Herr Paulus da oben hat was Klick gemacht. In seinem Herzen ist ihm etwas klar geworden. Deshalb rühmt er er sich, dass er geschlagen wurde, dass er gesteinigt wurde, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er im Gefängnis war um Christi willen. Für ihn war das eine Ehre, ein Ruhm, was was für uns heute eine Katastrophe wäre. Paulus hat begriffen, dass das Leben nur wertvoll ist, wenn es gegeben wird. Wenn es gelebt wird um Christi willen, dann hat das Leben einen Sinn, dann bringt es viel Reichtum ein. Aber es bringt nichts ein, wenn es halbherzig ist und wenn es für mich gelebt wird. Ich möchte mein eigenes egoistisches Wesen hassen. damit ich mein Leben hingeben kann. Dass es gelebt wird für die Liebe Gottes, für die Liebe zu den Menschen und ich mich selbst vergesse. Das ist das, was uns freimachen wird. Die Hingabe des Lebens nach dem Maßstab Gottes für die Liebe Willen, um der Liebe Willen, um Gottes Willen ist die Lösung für alle unsere Probleme. Was willst du tun? Willst du die Kosten berechnen? Willst du die Rechenschaft geben, was Gott dir anbietet? Willst du in dich hineingehen und sagen, Herr, meine Wertvorstellung ist falsch. Hilf mir, den Wert zu verstehen. Ich sprach vor kurzem auch mit einer jungen Frau. Sie ist Adventistin und sie hat einen nichtgläubigen Freund. Er ist gar nichts und sie sagt, sie hat davor einen adventistischen Freund gehabt und der war aber nicht nett, sie haben sich gestritten, es war keine gute Beziehung und jetzt hat sie diesen gefunden und seit acht Monaten ist sie mit ihm zusammen und er ist, sie verstehen sich wunderbar. Und jetzt reden wir zusammen natürlich nicht nur über das, sondern über die Krankheiten und all diese Dinge in unserem Leben und sie sagt mit dem Gespräch aber ich kann für Gott den Freund nicht aufgeben und sicherlich habe ich versucht eine Hilfestellung zu geben habe gesagt okay du bist nicht fähig in diesem Moment das Kostbare mit dem Unkostbaren zu berechnen aber bitte doch Gott er ist immer dein Freund bitte ihn dir die Augen zu öffnen dass du deinen Freund wirklich siehst wie er ist dass du siehst ob du mit ihm wirklich ein Leben führen kannst mit ihm und mit Gott das in Einklang zu bringen ist bitte Gott dass du Dinge siehst die du jetzt nicht siehst habe ich hier gesagt er wird dir das Gebet erhören so dass du verstehst das was er in seinem Wort sagt ist denn manchmal sind wir unfähig und manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit bis uns Vernunft kommt aber es ist so entscheidend dass wir verstehen Gott bietet uns nie etwas an was nicht wertvoller ist als das was wir selbst haben nie Gott bietet uns das Leben an aber wir sind so blind wir sehen diese liebesquelle menschfreund und denken wie kann ich den aufgeben für die liebesquelle Gott aber es ist nur deshalb so schwierig weil wir blind sind aber Jesus hat gesagt bittet ich gebe euch die Augen seit und ich habe ihr empfohlen bitte Gott dass er dich sehend macht es war dann eine andere reaktion ich weiß gar nicht will ich das sehen es ist natürlich wiederum eine viel schwierigere Geschichte aber wenn du mit dir selbst ehrlich sein willst dann bitte Gott dass er dir die Augen öffnet dass du den Wert siehst welcher dahinter steckt dass du dann deine Entscheidung leichter treffen kannst Gott ist bereit uns jede Hilfe zu geben und in allen Dingen zu unterstützen damit wir die Entscheidung treffen alles für ihn aufzugeben und dieses alles bedeutet letztendlich nichts es bedeutet eine Abhängigkeit von etwas loszuwerden was wir sowieso nicht hätten wollen abhängig sein es bedeutet unsere völlige Freiheit und Befreiung von dem Irrtum unserer Herzen was willst du wählen am Ende dieses themas Jüngerschaft willst du wählen wirklich ein Jünger zu sein und dir diese drei Bibelverse hier aus Lukas 14 aufschreiben wirst du sagen der kann nicht der kann nicht der kann nicht mein Jünger sein das kann schauen du kannst nicht an deiner Mutter dich orientieren und gleichzeitig an Gott es sei denn das was Gott sagt siehst du auch an das was deine Mutter sagt siehst du als göttlich an es ist unmöglich Menschen und Gott gleichzeitig zu dienen Paulus hat das verstanden hat gesagt ich will kein Mensch diener sein ich will den Menschen dienen aber als Diener Gottes und nicht als Diener von Menschen und durch Menschen kontrolliert wähle berechne den Preis bei eines Tages wirst du letztendlich vor Gottes Gericht stehen aufgrund dieser Berechnung ich möchte das ewige wählen ich möchte das wählen was mir Gott in den letzten Jahren so deutlich gemacht hat das kostbar ist wie alles was die Welt anbieten kann wie alles was die Welt anbieten kann und ganz geschweig wir können hier und jetzt kosten den Wert der Jüngerschaft aber stellt euch vor die ewige Freude stellt euch vor die Freude dass man Menschen sieht die durch unsere unseren Dienst der uns ein bisschen Mühe gekostet hat oder er kostet ein bisschen mehr Mühe manchmal aber die Mühe ist doch der Sache wert je höre ich die Sache einschätze umso größer wird mir die Mühe sein und wert sein mich zu bemühen weil wenn ich denke diese Menschen die ich sehe eines Tages in Gottes Reich zu sehen und ihre ewige Freude über ihrem Angesicht dann werde ich sagen dann wird meine Seele zufrieden sein um der Arbeit willen die ich getan habe die mich geringe Mühe gekostet hat für den Erfolg den sie gebracht hat oh meine Lieben möge Gott uns gnädig sein mögen wir täglich bitten um die Öffnung unserer Augen dass wir sehen die Dinge und die richtigen Wahlen in unserem Leben treffen das billigere das nichts wertige auf zu geben zu sehen dass es nichts wert ist dann werden wir es aufgeben um das kostbarere das ewige damit wir eines tages viel frucht bringen eines tages am tag der ernte will ich kein bettler sein da will ich mich nicht umschauen müssen nach den menschen die erlöst sind sondern ich möchte von der menge erstaunt sein dafür lohnt sich jede mühe dafür lohnt sich jede anstrengung dafür lohnt sich das leben selbst zu geben damit das erreicht wird Amen